Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration, der Babyboomer auf dem Kanal Robidobasida für spontane, improvisative und dokumentalische und authentische Videos. Also, ich spiele als Profi Klaus da oben momentan. Klaus ist ein Unternehmer, ist Mitarbeiter Level 26, Ausbilder und hat also bei der Karriere fast oben und bei den Fähigkeiten hat er also fast alles durchgeführt. Speise mit dem Fahrwasser fehlt noch ein bisschen was. Da muss man dann arbeiten und das ist ein Termin. Ja, was macht Klaus jetzt? Klaus tut den Auftrag. Klaus hat gerade neue Filiale gegründet in England. In Liverpool. Warum Liverpool? Ja, da ist er. Da ist er in Liverpool. Jetzt zuckt er mal, ob er in Liverpool irgendwelche Aufregung bekommt. Nach Cardiff. Wo ist in Cardiff überhaupt? Da ist Cardiff. Da ist Cardiff. Also von Liverpool bekomme ich ein Stoff nach Cardiff. Explosive Stoffe. Wird gut bezahlt. 11.000 ist ja nicht so weit. Von der... Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist ja nicht so weit. Weil Klaus braucht Geld. Weil ich musste ja zwei Leute eingestellt. Für einen Menschen hat er ein bisschen Arbeit. Das heißt er baue unbedingt einen zweiten IKW. 113.000 hatte. Aber es fehlen noch 5.000. Und die müssen unbedingt verdient werden. Wie sieht das denn aus, wenn man jetzt den Preis nimmt. Den absoluten Preis. Am meisten Geld gibt es für einen Levelpool nach Plismus. Wo ist das denn? Da ist das. Im Plismus. Im Plasma aus. Im Plasma aus. Das ist es eigentlich. Wie man das Ausgeboren wird. Dafür gibt es 15.000. Das ist eine Tool, die wichtige Lieferung ist. Wir haben eine Kalliumhütte in Glasgow, das ist auch interessant. Und wir haben in 2020 eine halbe Kursbetonnis, wir arbeiten in den Dänemark, da haben wir in den Dänemark und in den Esberg. weil Eisberg ist auch ein Zentralort. Da möchte ich gerne auch mal eine Figuring machen, weil Eisberg habe ich noch nicht. Diese Fahrt möchte ich vielleicht mal machen von Liverpool Eisberg. Was ist das? Gliedwandrollen ist mir egal. Gliedwandrollen ist mir egal. Aber ich habe Eisberg. Okay, hier nehmen wir den neuen Zerwein speichern. Die fünfte Tour heute. Tanken sieht schlecht aus. Ich habe nichts mehr im Tank. Ich muss halt unterwegs tanken irgendwann. Ich habe noch kein Geld hier in Liverpool, meine Tankstelle hier auszurüsten. Mit einer eigenen Tankstelle. Kommt demnächst. Kommt demnächst Leute. Also zwei Leute habe ich eingestellt hier. Ich bin in Großbritannien. Ich habe die Busse auf der linken Fahrbahn fahren. Ich muss jetzt mal den Koffer abholen. Die Explosivstoffe. Die muss ich erstmal abholen. Da bin ich jetzt am Weg hin. Ich habe wieder einen kleinen Koffer auf. Ich schaue Helga nicht. Hallo Helga. How are you? Und jetzt müssen wir gleich abholen. Okay. Machen wir. Also das Fahren hier in England ist mir noch nicht so in Wut. Wieder links abbiegen. Wieder links abbiegen, ja. Aber hier geht es ja an. Ja genau, hier ist die Kunde. Jetzt haben wir hier wieder so eine Engelstruhe. So eine Engelstruhe hier. Da komme ich hier so kaum rein. Wir sind da. Das heißt Engelstruhe. Okay. Jetzt haben wir hier den Stoff nach Blutmus. Wollte ich eigentlich nicht. Da wollte ich hin. Den wollte ich in die Krippwand rollen. Denken der Lieferung. Da heißt es bei klar auf der eine Mitte. Und ja ausnahmsweise nehme ich bei nicht den anderen. Ausnahmsweise nehme ich bei denen hier. Also. So. So. Wir sind da. Den zweiten. Dass ich den hier bekomme. Und das ich dann hier so reinfahre. So. Okay. Dann fahren wir da rein. Dann fahren wir da rein. Dann fahren wir da rein. So müssen wir rein, genau, jetzt haben wir, haben wir drin, okay, sind wir fertig, ja, und dann müssen wir sehen, dass wir von vorne aus dem Tor rauskommen, das heißt, wir müssen gerade reinfahren und weiter auf die Straße fahren, okay, da bin ich vorhin schon so fest, okay, jetzt muss ich hochfahren, jetzt muss ich nach links fahren, das heißt, da drüber auf die andere Seite, dann drüber, drüber, ja, ja, knapp durch, machen wir, ich muss jetzt also, wir haben ja keine Kreisfahrt, ich auch noch keine hier, aber, gehen wir einfach raus, ja, und jetzt müssen wir irgendwie zum Haft fahren, um dann mit der Ferien in den Eisberg zu fahren nach Dänemark, weil Dänemark ist doch, das ist meine Lieblingsländer, Dänemark, Schweden und Norwegen, da fahre ich ja gerne hin und jetzt habe ich also einen Standort in Großbritannien und fahren wir da nach Eisberg. Ich sollte aber vielleicht vorher hier noch tanken, vielleicht ist das in Großbritannien billiger, die haben ja selber Öl, die haben ja auch Öl in den Siedeln und so, bekomme ich hier vielleicht das Öl billiger, den ich tanke, weiß ich nicht so genau, werden wir gleich mal sehen, dann tanke ich gleich mal, ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt auf welcher Seite ich jetzt hier fahren soll, auf der rechten Seite, auf der Innenseite, auf der Außenseite, wie du fährst du so langsam und dann, ich weiß nicht genau, ich zieh bergab oder, links halten und dann links abbiegen, ja, gut, machen wir, hier schon, hier schon, genau, hier geht es nach links ab, weil wahrscheinlich so eine Aspergerkarte oder wie, ja, das ist also eine Radiatorie für Explosivstoffe, und ähm, die müssen jetzt aufhören, in Manchester gibt es jetzt hier, gibt es in Manchester, links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Also, Richtung Neuenschester und dann Richtung Karte, oder wie, dann Richtung Scheffeld, also, beim 8 und 27 Kilometer noch zu fahren, ich weiß nicht, wie viele Kilometer davon, stopp, stopp, und beim wieder verkehrt hier, beim wieder verkehrt, ja, scheiße, beim wieder verkehrt, das ist auch verkehrt, das sieht gut aus, aber eh man muss jetzt Kai Pchaner alles hin... Nein, nein, du muss ich haben, ich müsch doch wieder... Aua... Na... Ich muss da weiter runter, ich muss da weiter runter, ich muss da runter, ich muss da runter, dann muss ich hier zurückfahren, nicht zurückfahren, nicht zurückfahren einfach. So, vielleicht einfach anders fahren, warte aber nicht, warte nicht, ich will hier nur rüberfahren, dass ich hier runter komme, auf den Grünschaften, komme ich aber nicht rüber auf den Grünschaften, wieso nicht, wieso nicht, das ist scheiße hier, also, das ist scheiße, das ist Mist hier, ich möchte weiter zurückfahren, da ist alles weggeschrieben, was da hinter mir steht, ist egal, ich möchte auf die Scheiße fahren, ich habe keine Kraft dafür, ja, ich weiß, ich weiß, aber es geht nicht an, es sollte, ich kann nicht an, nicht weiter fahren, ich möchte aber hier weiter fahren, bitte lässt mich einfach nicht, ich will aber jetzt da runter, du Idiot, wieso verstehst du das hier nicht, wieso verstehst du das hier nicht, wieso verstehst du das hier nicht, wobei, 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 das war eine Fahrt, was war das jetzt, was war das jetzt, also Geld kommt, Geld haben wir zusammen, aber ich bin fertig mit den Nerven hier. Ja, also, jetzt würde ich rechts fahren, oder links fahren, oder, wenn ich jetzt hier auf der linken Seite, oder, ich muss auf die rechte Seite, dann muss ich gleich Appian hier wählen. Ja, das war, jetzt habe ich die Ausfahrt verpasst, und dann, um da keinen großen Bogen zu fahren, bin ich also, der Rückfall ist auf der Nervenbahn gefahren. Und dann über die Grünscheifen, jetzt fahre ich hier in der Mitte hin, jetzt können wir hier erstmal hochfahren. Wie geht das jetzt hier hin, in der Manchester, ja, jetzt muss ich nach rechts fahren. Immer geradeaus. Jetzt muss ich nach rechts fahren, ja. Bei Newcastle, glaube ich, ne. Bei Newcastle muss ich fahren, genau. Rechts halten, und dann bleiben Sie immer geradeaus. Hier halten wir uns rechts. Immer geradeaus. Jemand hier rechts, jetzt auch rechts. Also, Geld kommt rein. Meine Leute arbeiten, und der Chef arbeitet auch. Aber Chef hat Stress hier in England, und wieder Mist gemacht. Ich habe heute schon viel Geld ausgegeben für Reparaturen. Aber trotz alldem, habe ich jetzt eine neue Filiale in Liverpool, und die Liverpooler, sollen die hier Liverpool und den Linksverkehr behalten. Da lege ich keinen Wert drauf. Deswegen habe ich da jetzt eine Filiale, damit die den Linksverkehr da anderen haben. Ich fahre jetzt nur noch kurz nach Dänemark. Wie sieht jetzt mein Tank aus? 774. Ich müsste tanken irgendwann mal. aber trotzdem. Der Tank fühlt sich doch irgendwie sicher an. Ich muss nach Newcastle, und von Newcastle auf die Ferieneisberg. Die Fähre fährt dann alleine. Ich teile dann auch nur auf 1500 für die Fähre. Aber, dann habe ich Essberg. Als sichereren Ort, als Stammsitz nicht, aber als Landlaufpunkt. Und von Essberg kriege ich viele Routen, gleich nach Norwegen, und so weiter. Also hier geht es gut. Nach Sheffield und so weiter. Nach Sheffield. Links halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, gut. Ich warte gerade. Ich bin in Waldenburg. Dann geht es nach Newcastle. Da war ich heute schon in Newcastle. Da ist ja irgendwo die Ferien. Von Liverpool fahr ich dann erstmal an Newcastle. Und dann von dort überholen. Da kommen wir auch. Immer geradeaus. Ich hoffe auch. Auf der rechten Seite. Mach ich ja in Deutschland auch schon mal. Dann habe ich schon mal in England mal überholt. Okay. Aber auch ohne Blinker zu setzen. Naja. Ist halt auch nicht okay. Ich bin halt noch nicht perfekt. Ich habe zwar Stufe 26, aber in perfekter Fahrweise. Und Ausspieler im Modus ist ja kein Genereen zu sein. Dann geht wieder die Zinsen runter für heute. Dann sind wir wieder auf 99.000 und LKW AD. Bitte links halten. Ich habe ja die. Hier unten. Ja. Hier unten geht es genau. Das muss ich hier gleich recht abnehmen. Und runter. In die Ausfahrt rechts. In die Ausfahrt rechts. Und unten. Ja. 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 Und ich strege heute nicht viel dazu bei. Mit dieser Tour. Die fünfte Tour heute. Ähm. Also vier Turen habe ich schon für morgen zusammen. Die werden jetzt hochgeladen. Und dann schon die nächste. Die sind schon für übermorgen. Die geht jetzt hoch. Also. Sieht zwar gar nicht so aus. Aber. Äh. Ich bin schon wieder müde. Wie kann das sein? Also. Das fahren macht müde. Das fahren. Schlaucht mich. Erschöpft mich. Und auch wenn ich mich hingelegt habe. Ja. Gerade den Chester. Autobahn. Notwärts fahren. Kann ich nicht da hinfahren. Wo ich hinfahren möchte. Jetzt sind wir auf der Landstraße. Jetzt haut der Papier. Böden. 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 Rechte die Leute. Und da. Der. Der TTI. Auf. Wenn dann der Graf schafft, wie ich dir lebe, wie? Die Hände sind hier. 102.000 Euro, ich bräuchte aber 120.000 Euro, um den zweiten NKW für Großbritannien zu kaufen, um den Standort auszubauen, aber ist egal, kommt schon nach früher oder später, kommt das gerade rein, wenn Leute arbeiten oder brauchen, und mehr wie arbeiten können die nicht. Da müssen wir jetzt direkt reinfallen. Ich zoome und dann fangen wir da oben ab. Wie viel ist meine Tankstelle? Haben wir nicht oder? Werden nicht oder? Also, jetzt bloß aufpassen, nicht wieder die Auswahl verpassen, die gerade eben. Okay, das hatten wir, hier war das, den Link hatte ich vorhin auch schon, das war dann so ganz eng, ja, ganz kurz, und dann war die Struktur, bis ich das auch beigenommen habe, war schon und dann vorbei. Okay, wir sind hier genau, was ich in der Ferien, aber sie tun, nach mir aus. Ah. Sieht nach mir aus? Oh, mal. Ah. Oh, oh, oh. Oh! Oh, oh. Oh, oh ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Ich muss nicht bedanken, tanken, aber ich weiß nicht, haben wir keine Tankstelle oder warum kommen wir keine, das muss ich wieder in Dänemark tanken, das wird wieder teuer, oder ich mache einen Rückflug, einen Rückwart. Ja. Bitte links halten. Bitte links halten. Bitte links weiter. Jetzt habe ich die Neuvi. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay. Dann fahren wir mal weiter. Dann machen wir mal. Ich weiß meine Uhr, das ist die zweite hier. Hier kann ich jetzt hören. Okay. Okay. Dann kommen wir hier rein. Und jetzt kommen wir zur Fähre. Geradeaus da oben müssen wir irgendwo rechts fahren. Da oben müssen wir also links fahren und dann wieder nach rechts fahren. Okay. Bleiben wir auf der linken Seite hier auch schön. So. Das Fähre wird da wahrscheinlich rechts auffallen, ne? Hier müssen wir Gerüchte auffallen. Oder ist das hier? Hier muss ich auf Gerüchte. Ja. Dann muss ich auf genau. Dann fahren wir jetzt hier rein. Okay. Lass uns eine neue Route finden. Ja. Das ist jetzt eine, die fahrt nach Eisberg. Ja, Aeroport gibt es ja auch von. Da gibt es Eisberg und Aeroport. Das war ich ja vorhin schon. Da bin ich in einen anderen gefahren. Ja. Route neu berechnen. Jetzt sind wir also in Dänemark. Guthaben liegt bei 160 Euro. So. Moito. Ich könnte mal anhalten. Und mal schnell. So. Ich schnell den LKW kaufen. Ich kaufe jetzt schnell den LKW. LKW hinter. Da. Dann. Da haben wir den. Und der möchte ich online. Der möchte ich einen kaufen. Ja. Bitte. Kaufen. Der soll dann auch dort hingehen. Am Liverpool. Haben wir. Und der soll ihm zugeordnet werden. Okay. Weiter. Haben wir. Okay. Und was soll er machen denn man? Was soll er denn machen? Die. 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 Romana. Romana hat schon. Der. Gut. Hat den ersten. Der hat schon gemacht. Das ging ja auch. Die. Und. Dann können sie den. den ersten, den ersten da machen, für den ersten, für hochwertige Fahrt machen, der macht den ersten wieder bei Schicht, und der Giri, der Giri macht den ersten für hochwertige Fahrt, ja, habe ich genau, der soll er hinfahren, und wenn er damit weitergeht, geht's gut. Okay, und weiter geht es jetzt hier, mit meiner Tour, ich muss jetzt also noch zum Appelallort, hier irgendwo hin, also erstmal weiterfahren, erstmal raus hier, wo ist hier die Straße, wo geht's hier raus, hier raus wahrscheinlich, und dann rechts und da. Demnächst rechts abbiegen, hier noch nicht, hier ist der Tor, glaube ich, ja, biege nach rechts ab, okay, wir sind in Dänemark, also fahren wir wieder auf die rechten Seite, also hier um, der heißt bei했는데, der weiß auch andere, der weiß auch andere, der weiß auch andere, Die hat auf dem Hafen gelegt, die Tour, die Tour geht hin, also, die hat dann, die hat dann Kontur oder sowas, also, also, 8000 Euro, können wir gebrauchen, her damit, gut, haben wir die 8000 Euro schon mal, damit haben wir 51 und wir haben die 4 Jahre ausgebaut und was hatte Bankkonto, Bankkonto sieht man aus, 20.000 habe ich noch, ja, 25.000 momentan, okay, gut, haben, muss noch ein bisschen aufgestockt werden, ja, denken muss ich also noch, und was mache ich jetzt hier in Esspark, was mache ich in Esspark, welche Tour bekomme ich in Esspark, da bin ich in Esspark, da kann ich nach Karlskone fahren, da kann ich nach Kopenhagen fahren, nach Bremen kann ich fahren, nach Bremen, nach S agree, Station, nach Reas nach enfermig distortion, nachdem Sie in gewisser pfeln, nachdem Sie in die kämpfen, nachdem Sie in den Klick sind das W pega- und das wirklich Rekorde pasen, Da haben wir in der Fahrt nach Gimsby hin und her, und wir kommen nach Götebus fahren, da kommen wir nach Manchester fahren, nach Schiffelt-Manchester, und dann sehen wir das jetzt Gimsby, der Schiffelt-Manchester. Na Udense haben wir dort Tafel geschirft, wenn meine Frauen fahren, Gimsby. Also was bringt das meiste Geld eigentlich, pro Kilometer, pro Streckeinheit, die Paletten in Gimsby, 7000 und Windfleisch nach Manchester. Das sind wieviel Kilometer, 211 und das sind auch 241. Bei den absoluten Preisen und der Steckenmenge. Das sind die längste Stecke und die kürzeste Stecke. Das sind die kürzeste Stecke, ja. Dann gehen Sie wievier zurück. Ne Windkraftgrundl. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Also, der Tank ist bald leer. Ich müsste vielleicht nach Hamburg fahren. Wenn ich die Karriere nach Hamburg fahren, da auf tanken, brauche ich hier selbst in meinem Zustand. Muss ja wieder repariert werden, bis in der tollen Dauer wieder. Ich möchte nach Hamburg. Ich möchte in die Karriere zurück. Und zwar nach Hamburg, da hin. Schnellere Reise. Ja, bitte. Wir sind bald in Hamburg. Können wir jetzt hier eine Pause machen? Oder wollen wir keine Pause machen? Doch, ich kann die Mutter abstehen. Und dann Pause machen. Stopp. Dann machen wir das jetzt gerne in die Euro Pause machen. In der Zeit habe ich dann Zeit, meine Leute zu beobachten. Dann kommen da 10 Hundertstunden von Malcolm. Dann wieder Malcolm, ja. Ja. Wo war der Malcolm hatte? Arbeitete ja in Hamburg oder Tarneter. Einkommen 5200 John Day in Düsseldorf. Mhw. Wurde kein Auftrag finden. Ohne in die Lieferung zurückkehren. Also. Da. 2.000 Euro. Einkommen. Das sind sowas die absolument 2.000-173 hundertstunden. banco x2-237 hundert. Okay. Team. Die ist aufgestiegen. Sehr schön. manga 651 sind iOS 14x231. Team DS. die neuen Leute steigen auf, erfreu mich, Angelo, Laura, Kroket, Kim, natürlich die Unermütliche, und wir haben jetzt Jen, Jana, Baldur, ich glaube aus Polen, da kommen wir 5 Baldur, gut, ja jetzt haben wir 87, dann kommen wir, dann können wir noch eine Pause machen, und zweite, dann kommen wir gleich wieder, geht dort, Kenneth F, Halina P, könnte keinen Auftrag finden, okay, Halina heißt von Hamburg, glaube ich, ne, GB, hat auch schon Geld eingebracht, die erste, Kenneth F, Tim D, ein Cum F, mit dem F, ja läuft doch prima hier, Romana hat auch schon der erste Geld eingefahren, sehr schön, Malcolm, konnte keinen Auftrag finden, ja, okay, Kenneth ist passieren, Leute, kann passieren, seitdem bleibt noch nicht so weit, ne, Lukas B, okay, noch einer, Kenneth F, und der Gegend Ende, Halina, Halina ist Hamburg, oder, GB, 2000 verteilt, und da sind wir wieder aufgestiegen, sehr schön, die Daten, die Daten werden auch abgezogen, 22.000 wurden gezahlt, ja, gut, das sieht also gut aus, jetzt habe ich noch 95.000 drauf, ähm, was können wir jetzt da machen, Momentu, was können wir jetzt da machen, 95.000, hab ich jetzt da auf der Bank, ähm, 95.000, und dann haben wir erstmal den zurück, weg, ja, zurück da, dann haben wir noch 85.000, dann haben wir den auch zurück, ja, dann haben wir den auch zurück, okay, 66.000, und den hier, sagen wir 37.000, so ein paar Ereignisse, das in hundert Zeitfen, ähm, jetzt haben wir 100.000 oben, ja, ich brauche den dritten Eick vão bezahlen, sag ich auch, 24.000, sehr okay, bis dahinter, Vielen Dank. Jetzt habe ich nur 66.000, jetzt können wir vielleicht noch einen Aufflieger kaufen für England, oder was bauen wir in England? Und einen Auffliegermanager brauchen wir, bräuchte 30.000 vielleicht einen Aufflieger, für den Momentum Aufflieger hinter, dann kaufen wir den Tankcontainer. Ich kaufe ihn noch und der soll dann auch dorthin an Liverpool gehen. Und ja, okay und weiter, jetzt haben wir noch 31.000 Gute haben und wir haben noch 31.000 Gute haben. Der ist freigestellt, ja, Nintendo Transporter. Und noch eine Holzbodenlösung. Holzboden ist ja universal, da kann man viele Sachen so drauf fahren mit. Brauchen wir im Winter noch nicht. Ich habe jetzt mal zwei, zwei Sachen in Hamburg, zwei in Düsseldorf, 32. Die werden alle gut genutzt, die haben die Fahrzeuge. In Düsseldorf und Düsseldorf vielleicht kann ich dann bald anfangen, da sogar zwei zu fahren. Ob die sind vielleicht, wenn die mit dem Frachtleit eingehen, ob die dann mehr Kohle reinbringen. Und jetzt habe ich die grüchten Seite, der hat 98% Ausnutzung und dann der Containertransporter, den verlieren momentan mit 83%. Okay, dann bräuchten wir für Liverpool noch den zweiten Auflieger. Jetzt haben wir 30.000. Auf der Bank haben wir 100.000. Wir brauchen ein bisschen Zeit für. Ja, okay. Zustand top oder nicht top. 1.000 Euro ist gut. Wir sind jetzt in Hamburg, ne? Wir sind jetzt in Hamburg. Ja, gut. Jetzt sind wir prima. Die Garten laufen. Ich habe jetzt zwei Auflieger. Ähm, was könnte ich? Könnte ich meine Note mit einem weiteren Auflieger ausrüsten? Also, verdiene ich meine Note mit einem Auflieger mehr Geld wie mit der Druckmaschine. Und mit einem Auflieger hin. Und mit einem Auflieger hin. Und mit einem Auflieger hin. Ich weiß es einmal zu sagen. Ich suche es jetzt auf jeden einzelnen Auffauttyp. Was ist denn da der Unterschied eigentlich? 248, 265, 261 Kilo. Da kann man ein bisschen mehr Kilometer einbringen. Da kann man ein bisschen mehr einbringen als damit. Da kann man 6,7 Kilo, eine Tonne bald mehr. Okay, was haben wir sonst noch? Den können wir auch vielleicht noch holen. Was machen wir? Soll ich zu jeder Filiale noch so einen dazukaufen? Dass diese Filiale quasi Lanzig hat schon einen bekommen. Dann bekommt Lanzig vielleicht noch so einen. Röden Aufflieger. Was schafft der, der schafft 4.800 und der schafft 5.300. Der schafft 5.300 und der hier schafft 5.800 Containertransporter. Container und Tankcontainer. Die habe ich in der schafft 5.300. Damit kann man so, den haben meine, meine, die Mädels schon und ich auch selber gefahren. Dann könnte man vielleicht noch überall nach Düsseldorf, so einen nach Düsseldorf bringen. Und dann noch vielleicht noch einen nach Stuttgart. Und vielleicht den nach Seitentür, nach wohin. Nach Liverpool und den nach Hamburg vielleicht. Und den dann nach Stuttgart. Und damit kann ich jetzt 10.300 Tonnen transportieren. Und jetzt kommen wir damit. Allgemein trocken trüge Kühlgut. Dann haben wir einen mit der geschafft 7.600. Die Anhänger. Das heißt, das brauche ich erstmal diesen Auflieger. Der kommt dann immer nach. Dann kommt der vielleicht nach Hamburg. Dann haben wir den mit Seitentür vielleicht wohin. Nach England. Und den nach Stuttgart. Und wenn Stuttgart Platz hat, dann nehme ich auch noch so einen hier. oder den hier. Und wenn das dann nicht läuft, was ist das für ein Ding? Ein Tandem Anhänger. Der ist 2,70 Meter, 32, 32, 32, 72. Der ist sogar noch 30 Zentimeter länger. Ein Tandem Anhänger. So. So. Sie wollten jetzt auch immer nicht befallen. Dass wir hier weiter. Stuttgartregel. Bitte jetzt mal. Noch einen nach. Gardusso bringen hier von. Und dann baue ich einen Flachen für England Baumaschinenmaterialien, die machen wir auf England fertig, ok 30.000 MHz, was hat die Bank, 100.000 MHz, die Bank zählt 100.000 MHz, die kommen wir nicht weiter im Moment. Das heißt also, was können wir noch machen bis zum Wochenende? Moment, ich muss sie mal anhalten und das hochladen. Das war jetzt was, das war wir sind mal an.